Ja, Hallöchen Leute und ähm, kann ich sagen willkommen zurück? Ja, ja, das wird schon gehen. Also, ja, jetzt freut euch vielleicht, oder vielleicht ein paar von euch freuen sich endlich. Ja, der Saske, der macht auch mal wieder was, ja. Die letzten fünf Tage hab ich ja nichts hochgeladen. Ich hab zwar ein Bulletin gepostet, aber es könnte ja sein, dass ein paar es trotzdem nicht erfahren haben. Ich war, ähm, weg. Ich hab mir einen neuen, ähm, PC besorgt. Der ist jetzt um einiges schneller. Er ist leider, ähm, noch nicht ganz vollständig, denn, ähm, die Grafikkarte fehlt. Die sollte diese oder nächste Woche kommen. Und, ähm, ja, deswegen werde ich auch, ähm, keine, oder besser gesagt, keine, ähm, Second Side Parts drehen. Weil ich einfach auf die neue Grafikkarte warten will und dann die Qualität allgemein um einiges besser ist als vorher. Ich hab noch eine Folge auf Vorrat. Die werde ich, ähm, im Laufe des Tages hochladen. Ähm, Mario und Luigi wird folgen. Das sieht, ähm, auch um einiges besser aus. Ist mir auch aufgefallen. Nein, also mein PC ist abgegradet. Der kriegt schon ein bisschen mehr hin. Das freut mich natürlich. Wie bereits gesagt, es fehlt nur noch die Grafikkarte. Und dann könnte ich mit professionellen PC-Let's Plays beginnen. Also, ich könnte 1080p-Videos machen. Wäre eigentlich kein Problem. Ja, okay. 1080p nicht ganz. Ich hab nicht den passenden Monitor dafür. Ich hab ein bisschen einen kleineren Monitor, aber das ist auch egal. 720p reicht, finde ich, vollkommen aus. So, was wollte ich noch sagen? Ähm, ähm, ich wollte noch sagen, dass, ähm, am 1. Oktober, ähm, die Abstimmung, ja, die Abstimmung zum neuen Let's Play aufhört. Und, ähm, und ihr dann eben entscheiden könnt, äh, was für ein Spiel ich spiele. Ein paar, es gab schon ein paar, ähm, Kommentare. Das freut mich natürlich, dass ihr, ähm, auch eure Meinung zu dem Ganzen sagt. Ähm, ich hab auch gelesen, einer der Kommentare, das war, glaub ich, sogar 2, 3, 5 Conan, wenn ich mich recht entsinne. Der hat sich, ähm, Minecraft gewünscht, weil's, ähm, so viele, weil man unendlich Parts eigentlich machen kann. Das Projekt, äh, also Minecraft fällt weg als neues Projekt, denn mit Minecraft hab ich schon seit längerem was vor. Ich hab's nur noch nicht hochgeladen und, ähm, irgendwie hatte ich noch nie, nie die Zeit, äh, ähm, ne Aufnahme zu machen wegen Minecraft. Aber ich hab schon ne grobe Idee, was ich denn mit Minecraft machen könnte, ähm, hab schon ne grobe Vorstellung davon und werde hoffentlich, ähm, spätestens ab der neuen Grafikkarte damit anfangen. Ähm, Videograbber hab ich jetzt ein Weilchen probiert. Ich hab leider noch ein paar Probleme damit, irgendwie, erkennst du den nicht richtig oder was auch immer. Ich muss mir das nochmal anschauen oder im Notfall einen anderen Grabber besorgen, der vielleicht besser funktioniert. Weil meiner ist schon ziemlich alt. Ist nicht einer der neuen. Und, ähm, ja, noch wichtig, ich werde, ähm, bald, sobald die neue Grafikkarte kommt, ja, es wird ein PC-Let's Play, ähm, werde ich ein Spiel spielen. Und, und das ist nicht das neue Let's Play Projekt, das entscheidet immer noch ihr. Aber ich hab allgemein einfach mal Lust, ähm, dieses PC-Spiel zu spielen. Ich verrate euch nicht was, denn die Überraschung, die soll euch ein bisschen umhauen. Das zumindest, äh, das hoffe ich zumindest. Und, ja, ähm, ja, ihr seht oder hört mich besser gesagt bald bei den, ähm, Mario und Luigi Parts und, ähm, beim 1 Second Side Part. Also gut, Leute, das war's soweit von mir. Ähm, ich hoffe auf, ähm, darauf, dass ich, ähm, bald regelmäßig hochladen kann. Ich hab auch zum Teil Schulstress. Ähm, die Lehrer denken sich jetzt einfach mal, ach ja, komm, schieben wir einfach jeden einzelnen Test auf einen Tag. Das macht dem doch nichts aus. Und, naja, ich hab, ähm, so drei Prüfungen auf einen Tag und für die muss ich immer noch pauken und, oh Gott. Naja, da kann man nix machen. Aber ich hoffe, dass es bald mit regelmäßigen Parts weitergehen wird. Second Side wird wie bereits vorgesetzt, sobald ich meine neue Grafikkarte habe. Das neue, äh, PC-Projekt auch. Und das neue, ähm, Let's Play-Projekt. Oh mein Gott, was ist heute mit mir los? Ach du Scheiße. Ähm, das kann natürlich Wii oder DS auch sein. Nee, DS nicht. Ähm, ja genau, N64. GameCube, Wii, N64 und PC. Und, ähm, bis zum 1. Oktober könnt ihr noch abstimmen. Ähm, bis zum 1. Oktober um, sagen wir mal, 18 Uhr. Ja, sagen wir mal grobe Schätzung 18 Uhr. Ja, so, das war's soweit von mir. Ähm, ja, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, Leute.